Einen wunderschönen guten Tag an alle Puffkartoffeln da draußen. Wir spielen heute eine Runde Cube World mit Unterstützung vom HCL. Guten Tag. Moin moin. So, ich bin jetzt gerade noch in der Charaktererstellung, ich weiß aber auch schon, was ich möchte. Du warst jetzt der Warrior, ne? Genau, ich bin so ein rotzenhässlicher Warrior mit Vollbart, so wie es sein muss. Ja. Und springe hier schon wie ein Blöder auf deinen Zölber hoch. Wunderbar. Aber ich nehme mal einen Frogman namens Kurt. Horst Günther wäre auch toll. Horst Günther wäre auch nochmal eine gute Nummer. Was kriegt denn der, der kriegt... Ja komm, den machen wir immer so ein etwas standardmäßigen, von der H-Farbe kann man dir nichts ändern. Denk dran, dass ich noch so ein Kack-Loop in dem Spiel bin, ne? Ja. Multiplayer World, Connect to Server. Ups, jetzt weiß ich die IP gar nicht. 25, 182, irgendwas. 25, 182, 133. 133, 3. Das sieht doch mal gut aus. Kurt, Level 1 Rogue ist online. Da hinten irgendwo tun wir. Juhu, juhu. Meine Welt muss sich jetzt gerade nochmal ein bisschen aufbauen. Und da bin ich. Du stehst irgendwo hinter mir. Da ist er. Ja. Ja, ich komme. Ich bin immer hinter dir, weißt du doch. Der Heavy Metal Warrior. Der Heavy Metal Warrior, auf jeden Fall. Los, dann kloppen wir den Busch. Ähm. Genau, was nehme ich denn? Ich nehme mir jetzt aber mal dieses Schwert hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler. Äh, den Rogue habe ich auch noch gar nicht gespielt. Das ist jetzt immer nur ein Warrior und ein Ranger. Aber ich glaube, auf die Pferde können wir noch nicht einkloppen. Aber wir können es ja mal versuchen. Ach so, stimmt. Ich habe ja hier meinen Step. Ja, hör mal. Yeah. Aber 4 XP, du. Für den Anfang ist das mega viel. Ich muss dann ja mal gucken, weil irgendwie am Anfang, wenn man alleine spielt zumindest, ist man hammerschwach und kommt nicht wirklich voran. Und später in dem Level, dann rast man da einfach nur noch so durch. Ups. Das wäre da mich einfach rumgehauen. So eine Puffkartoffel. Wo machst du sowas? Bei mir ist der Spielzaum einfach viel zu laut. Warte, ich muss es aber eben her. Ich muss mal eben an meinen Knöpfchen drehen. Gerne tun, du kennst das ja. Ich hätte mir vorher noch mal meine Playlist hier gerne machen müssen, wenn wir die rechten. Viele Soundbacks, weil... Voll ganz ohne Sound. Achso, du. Spike-Creatures. Mal gucken, ob wir die kaputt kriegen. Weil ich alleine nicht warte, lieber bis man kommt. Ja, ich bin ja voll da und so. Achso. Ja. Jedes Stück. Alter. Ach, schade. Ich komme da hin. Naja. Einen habe ich gekriegt, glaube ich. Ich bin mir ins Eile zu viel verspäteten Wettel. Jetzt habe ich zwei Byter hinter mir. Ganz bald. Ich bringe die einfach mit. Nein. Es ist voll hart, wie lange die einem hinterherrennen eigentlich. Das ist ziemlich übel. Oh, jetzt ist nur noch einer. Okay, da wird nichts. Es ist ein bisschen sehr rot. Lass uns rennen. Okay. In welche Richtung gehen wir? Keine Ahnung, scheißegal. Weg. Erstmal weg. Toll, du hast auch noch einen Wolf. Was? Oh mein Gott. Ganzen zu hinter mir. Der hat einen freien Wolf. Erstmal zur Stadt, oder was? Wo ist denn die? Achso, da ist ein Weg. Weg. Können wir machen. Karte und so. Hui. Hast du schon rausgekriegt, wenn du Mausrat... Mausrat drückst? Dann machst du so ein Ausweisding. Aufweich. Ein Aufweichding? Oh, da retten Kurt. Kurt, 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 Kurt. Hier kommt Kurt. Das hatten wir letztens erst. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Der nicht meckert und nicht... Ach, schön. Ein Alpaka. Ich tue mir erst mal hier die olle Herzblume. Tu mal. Ach, ist doch nicht so ein Lied. Ach nee, das hieß Eisblume, ne? Ist auch eine. Ah, Gnobolde. Aber nett. Ähm. Ja, aber die Stadt bringt uns theoretisch noch gar nicht so viel. Nee, aber man kann sie sehen. Ja. Aber hier, ich habe gerade gesehen, Richtung Süden... ...haben wir eine Quest. Die können wir mal machen. Ja, da können wir mal verrecken gehen. Ja. Wohin noch mal... ...Bett oder sowas. Hallo Schwein. Achso, ich wollte mal noch mal... Was mache ich denn für Spezialisierung? Es hässlich oder ein Limmungser? Ich wollte gerade von Anfang zu reden. Ja. Ich werde wohl Berserker bleiben. Ja, habe ich bei meinem Warrior auch gemacht. Der mittlerweile der W45 einfach ist. Wenn du hast... Ah, Oga. Ja, die sind übel. Ja, die sind dick. Voll dings. Genau wie die Quale aus dem Palazzo. Weißt du, wie ich mich mein? Ich bin gerade am überlegen. Ja. Ich darf hier keinen Namen sagen. Hier hinter uns sind Gnobolde. Drei Stück. Die hauen wir bei ihm zu Brei. Oh. Das ist auch ein sehr toller Ort zum Respawn hier. Ich habe noch 5 HP. Der Gegner wahrscheinlich auch nur noch. Ja, ich bin auch wieder auch erstanden und stand direkt bei 2 Humans, die die wir vor allem eben weggetan haben. Ich brauche ein Bett. Ja, bei mir waren gerade welche. Nur leider waren wir auch 2 Humans, die mich weggepasst haben. Wo bist du denn? Ach da. Lankow Forest liegt vor uns. Da, wo wir unsere Quest haben. Kuh ist. Kuh ist. Da ist ein... Was ist das denn? Ein Human. Geh weg. Geh weg. Ich brauche ein Bett. Da steht schon wieder... Was geht hier denn? Warum stehen da so viele Humans rum? Ah. Alter. Ah. Hilfe. 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 Ich eile. Eile mal lieber nicht so, das sind nur 6. Hey, mir fällt jetzt gerade auf... Ah nein, ich bin ja gar keine Schildkröte, ich bin ja ein Frosch. Schade. Ich wollte gerade anfangen, ich bin voll Ninja-Türtel und so, aber... Bin ja Frog. Bin ja Looter bist du. So, rennst du da noch rum, irgendwo? Ja, ich wurde gerade irgendwie von Pfeilen getötet. Ach hier, das gehört schon dazu. Deswegen, Defeat the Ruler in Lankor Forest. Ist das Lineal? Alter, verpisst euch doch einfach mal. Lineal? Der ist Lineal vom Wald. Ja. Ruler. Ist Ruler nicht auch Lineal? Ja, genau. Alter, weg, weg da mit euch. Ich sterbe schon wieder gleich. Oh, ich sterbe schon wieder gleich. Oh, ich glaube, wir sollten das echt mal ein bisschen geschickter angehen. Ja, wir sollten auch ein bisschen zu zweit rumlaufen, glaube ich. Das wäre immer ein bisschen cooler. Dann hör doch mal auf zu sterben. Okay. Es ist doch lustig, dass man ständig irgendwo anders spawnt als vorher, wenn man nochmal stirbt. Irgendwo anders. So. Irgendwo da oben rennst du rum. Du hast irgendwas hinter dir. Ein Werwolf? Was zum Teufel. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch gerade zum ersten Mal. Aber warum brauchst du ihn jetzt einfach weg? Ja. Ein? Ein Erfahrungspunkt bringt so ein Typ nur? Ja. Das halten wir auch. Vollarm. Wir sollten unbedingt auch mal pennen gehen, gleich irgendwie, bevor wir da... Ja, wir kämpfen uns einfach ein, so ein Lager frei. Obwohl hier, Ginseng. Alter, warum kreift das fiebig an? Keine Ahnung. Und aus Ginseng kannst du nämlich Ginseng-Suppe machen. Ja. Aber dafür brauchen wir ein Campfire. Scheiße. Ah ja. Was ist das denn? Ich glaube, das ist der Ruler. Oder? Was ist denn das? Ein Minotaurus. Alter. Ah! Ah! Nein! Licht aus! Ah! Ah!